herzlich willkommen zurück zur neuen aufnahme wir sind jetzt bei folge 77 glaube ich ich weiß gar nicht beim zweiten teil sind wir so bis knapp 90 gekommen da sind ja leider viele aufnahmen fähig an ja ich hab mal geguckt es gibt neue sollten aufträge die ich mit sicherheit irgendwie noch bereitstellen will aber hier unten ist aufgefallen und das hatte ich beim ersten mal gar nicht gemacht ich bin mir sicher dass ich das nämlich nicht gemacht hatte schon mal gucken ach so wette alle sollten erinnern halt das hätte man zu besiegen wettbewerb festlegen herr komm so preisgeld sind das preisgeld natürlich nur 50 sind näher denn hier also und ich steigere dann das preisgeld ok da habe ich jetzt viel zu lange gebraucht damit w tf mal ja mann BÄM Juhu Ezio wollt ihr kämpfen selbstverständlich will ich kämpfen kann man bestimmt aber genau jetzt kann man nicht den zweiten Teil machen nach oben also lange bis es bis ab nun mal der HB ist einfach nicht mehr schaffe jetzt kommen wahrscheinlich zwei doch 22 kann man den aus kann man nicht zwei sollten an dem 1 besiegt natürlich haben wurde freigeschaltet neu das wüsste ich ja genau jetzt komme ich hier wieder rein jetzt muss ich wahrscheinlich 3 es könnte schwierig werden ja 3 stück in fünf sekunden länger super so macht man das ihr mädels in die fresse junge oh ja ach so mal 1,5 dann ok so kann man ja richtig Geldschöffel äh theoretisch gesehen na komm sind wir ja hier ne wir sind ja nicht so geizig machen wir mal 30 draus hm 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 bam bäaum bäaum und komm schon du brauchst viel zu lange Hau ihn um, hau ihn um. Ja. Oh, renn doch nicht weg. Alter, was bist du denn für ein Weichei, ey? Hey. Nur weil hier so ein Weichei mit rumrennt. Ist doch scheiße. So, komm schon, komm schon. Na. Okay. Dann lassen wir das einfach. Ich werde jetzt hier nicht noch länger damit Zeit verschwenden. Dann gucken wir mal, was es für neue Quests gibt. Okay. Heißt das jetzt, dass ich neue Aufträge habe? Heißt das das? Heißt ist das? Ah, neue Auftragsattentate freigeschaltet auf der Karte nachsehen, um sie zu finden. Das ist nämlich sehr wichtig, weil mir fehlen immer noch Gegenstände. Und bei den Aufträgen könnte ich vielleicht ein paar... Deswegen will ich auch vielleicht nochmal bei den Diebesgilden gucken, weil da haben wir ja verdammt wenig Aufträge gemacht. Okay, hier hinten sind zwei. Ich habe auch alle beschätze gut, außer die zwei, wegen der Quest. Offscreen. Deswegen weiß ich, dass es leider nicht reicht. Eigentlich hatte ich vorher, wir können jetzt hier einfach so, zack, zack, eine ganze Mission durchmachen, aber ich habe ja ganz vergessen, dass wir hier noch die selten Aufträge haben. Weil wir jetzt so viele Quests gemacht haben. Quests. Verdammt schwierig, auch zu sprechen. Habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht erstmal ein paar Sörternaufträge und so machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit den, ähm, mit den Kortisanaufträgen auf jeden Fall durch sind, weil wir haben ja schon so viele gemacht. Ist ja echt abnormal. Mir ballert gerade die Musik so was von auf die Ohren, ey. Ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin. Äh, Quatsch. Zu reise. Oder zu laut? Warum eigentlich? Ich kann ja beides, ich kann ja mich noch lauter stellen, ein bisschen. Merkt man zwar kaum. Und ich kann, äh, die Musik leiser machen. Was, äh, sehr stark, man merkt. Ein bisschen blöd gemacht, aber, äh, man hört mich, dass, das ist doch nicht. Hello. In der Taube, was heißt dieses Schickes für mich? Oh, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Verstehe ich auch nicht, wieso man das, äh, nicht, äh, irgendwie... Ach, naja. Oh, jetzt haben wir so viele Neuner. Oh, nur ein 8er. Schäm dich. Und die neue, die ist auch schon nervös. Sieben, äh, ist echt abnormal. So, Florenz, da haben wir noch einen dritten. Den, den beleihen wir jetzt hier schnell weg mit dem 7er. Einfach da mit Zweck ist. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt. Wien haben wir auch noch mal einen schönen 5er. 25% der kommen, dann machen wir hier die 8er. Moskau, haben wir noch einen 1er, 2er, 3er, nee. Hier den 4er, den müssten die noch... Ja, pff. Macht hier der 1 alleine. Und hier der 5er. Ja, 30%, äh, 6, nee, da ist mir zu wenig. Mh, London. Gucken. Ja, 91, passt. Passt, passt, passt. Äh, toll. Jetzt habe ich alles gemacht, aber nicht den Auftrag angenommen. Super. Du bist der beste Junge. Mission. Das bleibt wenden. Flup, gewinnen. Kassel release seine Wachen mit den besten verfügbaren Waffenausrüst und setzt ihre eigene Waffen gegen sie ein. Nicolo. Akzeptieren. Volle Synchronation, mindestens ein Gro... Was grobieren. Einverfolger und ein päpstliche Garde mit ihren eigenen Waffen eliminieren. Äh, dafür muss ich die ja klauen, oder? Ich schätze mal, dass ich das nicht hinbekomme. Weil, ich stehe nicht so generell auf Clown und so. Das hört sich irgendwie falsch an. Ich meine, natürlich... Natürlich stehe ich auf Clown. Ähm, aber... Okay, hier war ich auch schon. Aber, ähm... Entwaffnen mache ich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht mal so wirklich, wie das geht. Ich bin so schlecht. Äh, wieso ist hier zu? Wieso ist hier zu? Muss ich jetzt extra außen rumlaufen? Was soll in der Scheiß? Ach, es geht ja noch. Hallalalala... Du-di-du-da-da-da... Ich... Ich trau mich nicht. Was ist wirklich... Oh. 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 Vor allem im Sperrgebiet. Der ist so unnötig. Weil ich ja sowieso die Typen am... Ähm, umklatsche. Hier, ich kille einfach einen. Dann. Dann, dann, dann. Hebe ich die Waffe auf. Und, äh... Und, äh... Und, äh... Bam, bam... So, jetzt will ich den Scheiß nicht mehr. Ah, also, zieh dich nicht so. Du willst doch auch. Also, so muss ich es jetzt wahrscheinlich überall machen. Also, natürlich, vielleicht ein bisschen eleganter. Und... Nicht mit einer Faust. Als einem dieser Mann vielleicht... Hm. Könnte unser Mann sein. Hm. Könnte. Wie er noch so überlegt, ne, ich springe ihn da oben. Könnte unser Mann sein. Aber auch nur vielleicht. Bam! Oh. Oh mein Gott. Oh, der... Alter. Wie wird's weggeballert? Ich will auch so eine Waffe haben. Mann, no. Ja, habe ich das jetzt eigentlich schon erzählt? Also, wir brauchen Diebesaufträge, damit wir möglicherweise noch, ähm... den Dieben begegnen. Und, äh, die geben ja immer schöne Gegenstände, die wir uns an und ziehen können. Ja. Da hat er so einen, hör, mach doch einfach die Quiz. Aber das geht nicht so einfach. Das ist ja das blöde. Die Quiz, die kann man nicht einfach so machen, ähm, weil, ähm... Wieso kann ich denn die nicht treten? Geht doch. Bäm! Bäm! Volle Synchronisation. So muss das laufen, Mädels. So muss das laufen. Ähm, genau, ähm... Die kann nicht... Die bekomme ich dann trotzdem nicht. Ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Ich würde sie bekommen, wenn ich sie bei der ersten Mission nicht geholt habe. Aber jedes Mal, wenn die bekam, habe ich sie mir geholt. Auf jeden Fall. Durch Schwächen geht das leider nicht. So, jetzt gucken wir schon mal kurz auf die Rote. Wir haben leider nur eine Mission geschafft, dafür, dass ich sie rumgetrollt habe. Aber am Anfang finde ich das recht gut. Jetzt gehen wir nämlich, ähm, bevor wir da irgendwie da oben was drum trollen. Dann wollte ich nochmal hier zur Diebesgilde eben drum klatschen, laufen. Ah, ne, seht ihr, jetzt steht ja nämlich Kaserne. Davor war da nämlich so ein Assassinsymbol. Äh, Assassinsymbol. Das glaube ich für eine Scheiße. Ähm, hier müssen wir achten. Das kürzer. Los, schnell, 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 schnell. Schuke. Los, Fettchen, komm, hingegen. Hi, hi. Hauptsache, da sitzt jemand. Überall leer und da sitzt so eine einzelne Dame, würde ich ja... Was die da wohl gemacht hat für die Männer. Hi, 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 hi. Ich finde, das ist auch... Ach, ne, das habe ich schon gesagt, dass ich dir, da ist irgendwie, finde ich, dass die ziemlich langsam sind. Aber, habe ich schon gesagt. Ich will noch gucken, ob hier Aufträge sind in der Aufnahme, weil dann kann ich off-screen wieder... Kann ich off-screen wieder ein bisschen rum, ähm... Wieder zur nächsten Quest laufen. Alter, wo ist denn das? Jetzt. Wäre ich mal anders rumgelaufen, dann hätte ich jetzt dieses Problem nicht. Alter, Tüppi-Tün. Mein Gott, jetzt habe ich meine Flasche umgeschmissen. Der Schnellenventar. Benutze ich aber eigentlich auch nie. Außer eben Tränke und, äh, hier. Oh. Bank hier. Was hast du denn so schön für mich? Ganz viel Geld. Oh ja, das hast du. Der ist schon ein bisschen verwirrend, dass das immer so Quest-mäßig leuchtet. Man weiß ja, dass man da rein kann. Das sieht schon mal scheiße aus. Mann, ich brauche Aufträge, Mädel. Äh. Äthio. Die Cento-Oki sind erbost. Ben. Ich erwarte Vergeltung. Sie bekommen keine Gelegenheit. Wir tragen den Kampf zu Ihnen. Sucht meine Spione. Sie hacken etwas aus. Juhu. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich habe einen Auftrag bekommen. Und die Aufnahme ist jetzt... Jetzt... Ja, jetzt habe ich es verkackt. Mann. Nö, mich so... Blablabla. Auf der Karte. Ja. Okay. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann.